Aloha, servus und moin moin ihr Lieben. Ich bin's EWE Smartgeber Younes. Heute aus dem wundervoll sonnigen Oldenburg. Schauen wir mal wie lange das Wetter hält. Es ist relativ wechselhaft, aber darum geht es nicht, sondern um die neue Funktion der EWE Arena App und die testen wir jetzt. Aber nicht alleine. Heute gibt es prominente Unterstützung von Philipp der EWE Baskets Oldenburg und Madita des VfL Oldenburg. Ja, wie bereits befürchtet, es regnet. Und zwar in Strömen, so ist das halt im norddeutschen Hochsommer. Deswegen sind wir von draußen nach drinnen gegangen. Erstmal schön morgen, liebe Madita, lieber Philipp auch noch mal an dieser Stelle. Erzählt doch mal den Zuschauern, was ihr mit der neuen Funktion zu tun habt. Und zwar gibt es jetzt auf der EWE Arena App eine ziemlich coole neue Funktion. Die nennt sich Gigantenburg und da könnt ihr mit der virtuellen Madita und dem virtuellen Philipp ein Foto schießen. Und wir erscheinen dann quasi auf magische Art und Weise auf euren Handys. Und Madita, was kann man dann mit diesem Foto machen? Die Bilder kannst du dann bei Facebook, Twitter oder Instagram hochladen mit dem Hashtag Gigantenburg. Und unter allen Teilnehmern verlosen wir dann ein Samsung Galaxy S8. Cool. Und wie das Ganze funktioniert, das zeigen wir euch jetzt. So, und was brauchen wir jetzt? Eigentlich braucht ihr dafür nur die EWE Arena App. Ja, so easy ist es. Ich habe sie natürlich schon auf dem Smartphone. Hier solltet ihr auch runterladen. Den Download-Link, den findet ihr im Beschreibungstext. Wenn man schon vor der EWE Arena steht, so wie wir gerade, dann sollte man sich im EWE Hotspot anmelden. Das haben wir auch schon gemacht. Wir sind schon drin. Als nächstes geht ihr in die EWE Arena App. Dort findet ihr dann den Reiter Gigantenburg. Da dann einfach draufklicken. Unten auf Los geht's klicken. Ja und dann seht ihr die EWE Baskets Oldenburg oder den VfL Oldenburg von 1894. entscheide ich mich für die reizende Madita oder den eiskalten Phillip. So, jetzt noch einen auswählen. So, EWE Baskets. Und jetzt geht es auch schon los. Einmal umdrehen. Da ist der Marker. Da muss ich quasi einmal draufgehen. Ah, schon kann es losgehen. Oh, guck mal, da ist er. Nehmen wir ein paar Schritte zurück. Guck mal, da ist der große Phillip. Guck mal. Das müsst ihr unbedingt ausprobieren. Es macht richtig Spaß und nehmt am Gewinnspiel teil. Bis dahin, euer Younes.